Alle meine Händchen schon auf dem See! Komm, komm, komm! Wir brauchen noch mehr, noch mehr! Felix hat ein Dierschwert! Hallihallo ihr Lieben, ihr seid ganz hell! Willkommen zu einem weiteren Teil des Lucky-Block-Battles! Hallihallo! Heute geht's wieder geil ab! Heute geht's geil ab! Heute geht's ab, ab, ab! Tappi, tappi, geilo! Tappi, tappi, geilo! Geilo, 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 geilo! Aber ganz schön ruhig jetzt plötzlich geworden! Ich wollte grad sagen, starten wir einfach mal, oder? Uh! Heute ranklotzen! Ganz viele haben geschrieben, Kev, Junge! Ich muss aber auch ranklotzen, Kev! Na klar! Kev, du musst wirklich ranklotzen, glaube ich! So! Oh, warte, da wird schon irgendwas explodiert, hab ich das Gefühl. Kann das sein? Diamond sind gute Blöcke, ja! Wird da irgendwie jemand gerade rumexperimentieren und explodieren oder so? Ja! Ich mach hier gar ganz in Ruhe! Das sind ja auch Diamantblöcke, Leute, dann hat ja wahrscheinlich jeder hier... Oh, das ist eine nice potion, Leute. Ja, wir haben alle den Stitzel am Ritzel. Stitzel am Mitzelditzel. Oh Gott, da kommt jemand, da kommen ein paar Freunde an. Ach, Mann! Ich habe ein geiles Eifel verloren. Guck mal, ist sie hier, guck mal da, Freunde. Ja, das sind super Freunde, mach eine geile Party mit denen. Ich habe keine Zeit, ich bin gerade beschäftigt. Ich habe noch bis es Termine Lahn. Tschüss. Eieieiei, Freunde, Freunde, Freunde. Oh Gott, Bob ist da, Bobstar. Viel Spaß, Jungs, hier ist Lahn. Bobstar, finde ich ein cooler Rappername. Blau, Blau Felix Lahn. Ich mache bald HipHop-Tracks unter den Namen Bobstar. Oder Bobstar Lahn. Was? Ein Enderdruck ist jetzt schon da? Der hat einfach meine ganzen Sachen weggenommen. Enderdruck? Heiliger Bim Bam! Wow, der Enderdruck! Oh, da ist er ja! Ist das ein Pender? Nein, Enderdrache! Ja, das ist nicht so geil. Oh nein! Oh Gott, wie dumm das ist! Oh Gott, wie dumm das ist! Oh Gott, wie dumm das ist! Oh Gott, oh Gott! Nein! Ich bin irgendwie noch gar nicht richtig... Nein! Warum schreit ihr so? Warum schreit ihr so? Warum? 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 Was ist denn los, Leute? Was ist denn los? Das frage ich mich. Ich bin einfach gerade mit fast einem Stack Diamantblöcke runtergekickt worden von Drachen. Aber auch nur fast, ne? Hast du jetzt wieder alle. Nee, ich bin tot. Ich hab nix. Oh, das heißt, die liegen dann auch. Nein, die sind komplett weg. Ach, du hast gesagt fast! Nein, ich bin tot. Stürme, du lügst uns alle an! Ich hatt auch mal nichts sonst an, wenn ich ganz ehrlich bin, du. Oh Gott, ich bin ein schien Ender-Kiss. Oh, 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 oh! Das ist grad'n ganz schön viel los. Alter, es ist wirklich ganz schön viel los. Weil der kann ja für jeder Zweig alles kaputt machen. Das ist ja nur Mist drin. Ja, ja, man muss jetzt schnell seine Sachen öffnen. Also ich würde einfach mal alles rausnehmen, Leute. Das ist irgendwie einfach gerade echt scheiße. Ich werde dich nicht runterschmeißen, versprochen. Das ist gerade echt doof hier. Du hast mich zuerst gehauen. Ja. Komm schon! Es ist schon wieder Donnerstag. Jetzt kommt LBB. YouTube LBB mit Mr. LBB. Ich creme mir die Lippen ein. Mit dem neuen Stift und Baby. Hä, ich soll irgendwo hingehen und dann bekomme ich Diamanten. Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht sein. Das ist richtig aufgefallen. Das ist richtig geil und Lippenschaum. Man ist der tausendste Besucher und hat jetzt ein iPhone gewonnen. Aber es stimmt nicht. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Oh Gott, oh Gott! Bob! Boah, greifende Kühe, angreifende, machende. Boah, komm, 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 komm! Nein! Das kann ich jetzt nicht. Ich finde eigentlich alle Scheiße, Bob und so weiter. Ich finde euch keine Enderkiste mehr. Es sind noch zwei. Oh Gott! Aua! Oh, shit. Das sah gut aus, Isi. Das war gar nicht gut. Das ist doch ein Mist. Das sah gut aus, war aber gar nicht gut. Oh, gut, wenn du meinst, ne? Habt ihr den Geilozeug? Ja, ich muss sagen, also, mir fehlt einfach nur gerade an Zeit. Es fehlt einfach nur an Zeit. Ja, du, das Gefühl hab ich auch, ne? Also gar kein Problem, du. Ich hab trotzdem noch alles. Ich konnte durch einen Verrückten Move meine Blöcke wieder zurück in die Kiste werfen. Wir sind davon genau die Magma Qs, die wir brauchen. Für Novus. Oh, für Novus, ja. Oh Gott, können wir aufhören, Lungenrücken zu haben? Es ist schon wieder Novus. Hier ist der Flashback. Diamondblöcke. Oh ja, Enderbrachen, ich hab mich gehittet. Komm, komm, komm. Ich hab mich gehittet. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Das ist doch echt einfach nur... Ah! Warum? Bis jetzt hab ich durch euch grad mal vier Blöcke einfach weggeworfen. Komm, schon, Junge. Geht noch mehr. Klotz dir an, Alter, wer ist schneller? Oh, jetzt lag, glaub ich mach mal Fire. Wecklaut hier die Nächsten. Ach, das ist doch... Wecklaut hier die Nächsten wieder. Pobbys, nicey, was mach ich denn jetzt hier? Ach, Mann. Hier ist hier ein Lucky Block, Leute. Hier ist irgendwo unten unter der Map ein Lucky Block. Oh, und tot. Au. 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 Also, ich hab bisschen rote Sachen. Hier. Ach, nee. Nee, nee. Ah, nee, nee. Ihr meint nicht. Nee. Nein. Oh Mann. Komm, 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 komm. Mann. Nee, 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 nee. Fuck, Mann. Das ist ein Penner. Ich hab den Epic Lucky Villager und der Enderdracher hat ihn runtergekickt. So ein Penner-Käf. 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 Was hab ich hier gemacht? Was ist ein Amor-Käf? Ey, so ein richtiger Penner. So ein richtiger Penner-Käf. Ey. Ich hatte schon fünf Lucky Potions ausgewählt. Fast. Ganz. Aber auch nur fast nicht, war Käf? Nur fast? Was, Käf? Hilfe, ich bin nicht am Start, Käf. Ah, nein! Oh, nee, was ist das? Hä? Wird eigentlich springen. Na komm, na komm jetzt. Klopf hier ran. Hallo. Hallo, Schmerz. Hallo, Schmerz. Mano, Manometer. Ich sterbe es gleich auf. Komm mal ran auf den Manometer. Wir haben noch zwei Minuten. Was? Ich bin doch jetzt, das ist doch echt ein Witzchen hier. Ich find's gar nicht witzig. Hallo, Sturby. Ich komm nicht mehr hoch. Scheiße. Hallo, kannst du mich... Schlag mal? Naja, du willst nämlich, dass du da schnell rauskommst. Ja. Hallo, kannst du... Kannst du... Kannst du... Kannst du vielleicht... Kannst du bitte nichts lassen? Kannst du schlagen mal? Was ist das hier? Ein Anderdrach hat alles durchmüllt. Boah, Alter, ist Leck des Todes hier. Oh, der Anderdrach ist hier. Kommt hier, die Bandern ist gerade hier. Also, ich glaube, habt ihr auch unendlich... Lucky Blöcke? Ja, oder? Nein. Ey, sie hört auf. Boah! Ja, ich wollte in die Mitte, deswegen war das... War schön, dass du das hast. Sind hier irgendwo noch Blöcke? Also, sind hier irgendwo noch... Also, ich mein Anderdrachs, weil ich brauch meine Blöcke. Ich glaube eher, dass du dein geiles Eisenschwerz hättest. Heiliger Bimbam! Ja, vielleicht will ich das. Ich mach erst meine Anderdrachen kaputt. Jetzt kommt der Bimbam hier langsam. Der heilige Bimbam. Was? Alle meine... Ja. Alle meine Entchen. Alle meine Entchen. Schön auf dem See. Komm, komm, komm. Wir brauchen noch mehr, noch mehr! Alle Enerchests sind weg, ne? Alle Enerchests sind weg! Alle Enerchests sind weg, Leute. Alle Enerchests sind weg. Bei mir ist meine... Da müssen wir Felix killen! Der geht in seine Base! Der geht in seine Base! Der hat die Erschwert! es geht nur noch bei mir habe alles eingesammelt ja wie war noch eine kiste hier gibt es so viel abzugreifen ja da geht nichts nichts gut ja aber wo ist jetzt hin dass direkt wieder die schnauze ich krieg einfach die coolen sachen nicht was ist es hier liegt einfach ein lucky block aber die kann ich nicht aufheben ich muss jetzt mal ich habe mich glaub ich spontan echt noch ganz gut geschlagen hier ganz spontan dachte ich mir scheiße ich habe doch nicht lüge 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 komm 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 jetzt 15 sekunden noch heilige scheiße heiliger bämpen heilige bämpen 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 also ich glaube ich werde jetzt hier gleich ein bisschen destroyed ich bin mir ich bin mir nicht sicher aber ich bin mir schon sicher mir schon wieder sicher dass ich richtig wie bettelt kann ich mich nicht bewegen ich kann nicht laufen ja ja wenn auch hier drin sind und das ist diese mini arena und scheiße jetzt sehe ich euch auch super er hat noch sachen aufgestellt schauen wir mal er fand irgendeinen kranken drang alter was was ich sehe die leute gar nicht schnell schnell ist fix man ja jetzt sehe ich euch auch habe die rüstung an jetzt bin ich noch ich bin ja auch ich bin versteckt wieso habt ihr alle rüstungen habt keine rüstung als erster dauern so eine scheiße ich sehe euch nicht doch okay hat eine rüstung an okay ist ja das ist aber ja ich merke aus ihm alter unsichtbar oder was bei mir habe ich mir auch keine rüstung an also ich sehe ich halt nicht deswegen ja dann mach fix dann mach fix dann habe ich schon zweimal gemacht hat er ist hinter dir in der ecke ich sehe ich nicht schieß mal nicht ich komme nur kurz ich schlage ich schieß doch nicht nicht er müsste hier stehen aber ich sehe nicht echt nicht ich bin dort ich bin dort doch warte soll ich mal relocken ja ja dann bin ich zwar vom plug-in heraus weil wir zählen das auf unsere art und weise aber ist egal ja mach mal brudi line mensch und bei mir hast du fast deine rüstung angezogen ja schön dass ich jetzt in der ganzen zeit verbrennen als ich habe die ganze zeit hier und bin übelst am weg bünen mann ich hatte noch meine scheiße lucky block aufmachen sollen aber ich dachte ich habe das dann auch gegen irgendjemanden zu ich war die ganze zeit einfach nur am bremsel ist das wird kritisch es wird knapp auf jeden fall konnte es mich Jetzt kommt aber Damage ran. Jetzt kommt Damage ran. Oh ja, ich glaub Kev gewinnt gegen Schmerz. Oh Kev kann wieder nachziehen. Oh Kev! Ja, mein weglaufen war nicht klug. Und? Ja boah! Keil! Verzauberte Diamond Chest Place. Ich hab dir hier noch einen Charm of Life Instant Heal 100. Wieso hab ich denn keinen einzigen bekommen? Okay, gar nicht. Ich auch nicht, Dina, ich auch nicht. Ich hatte auch nix. Oh, ich hatte mein ganzes Equip von zwei Ghasts, die ich mit der Faust getötet habe. Was? Ghasts haben was gedroppt? Was? Davon hab ich ja keine Ahnung, ey. Ich auch nicht. Ich hab nur die Bobs, die die ganze Zeit in der Mitte rum liefen getötet. Ja, aber den und ich sind nicht mehr auf die Idee gekommen. Doch, ich hab versucht, aber ich war nicht gut genug. Ich hatte keine Sachen. Und dann hatte ich am Ende mein Diamantschwert und dann hat Izzy mich fast töten lassen. Töten lassen, Alter. So Auftragskiller direkt. So, Izzy jetzt find ich ganz kurz. Und keiner hat wieder irgendwas gemacht. Da kann man echt sagen, wie man will. Der hat nen Diaschwert. Das juckt keinen, ey. Ich hatte todes Angst, Izzy. Ich bin da rumgelaufen und dachte, bitte, bitte, die einzige Sache, die ich habe. Naja, trotzdem jetzt ja gewonnen. Das, was wir heute denken, Izzy nimmt das nämlich zu ernst. Zwischenstand, Kev. Wie viele Punkte kriegt man als Erster? Drei, richtig? Drei, zwei, eins. Du hast die Regel gemacht, Kev. Genau, das heißt, ich habe drei bekommen. Izzy einen. Cool. Es ist zwar komisch, jetzt so vorzugehen mit drei, eins, zwei, null. Ja, das bedeutet nämlich, es ist wieder so witzig, Izzy und ich beide auf dem zweiten Platz mit 43. Auf dem zweiten? Was? Ja, Sturmi und Dehner beide auf dem ersten Platz mit 56. Achso, echt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ihr seht es bei mir in der Ecke oben im Zwischenstand. Zwei Sechsfünfziger und zwei Dreiundvierziger. Einfach nur geil, Leute. Bleibt dran, in drei Tagen geht's weiter. Falls der Kev sich da wieder verzählt hat, dann steht es in der Ecke anders. Ich weiß es ja nicht. Ey, Manno. Das war jetzt das letzte Mal noch so oft so, als ich das nachträglich nachgeguckt habe. Wirklich? Aber ich habe doch wieder alles geregelt. Ja, jetzt ist alles sehr gut, Leute. Wir sehen uns in drei Tagen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.